Der Weg in die Höhle Des Mantikors Und damit herzlich willkommen Leute Aber das gefällt mir gar nicht ne Das sieht gar nicht so schön aus Schakalbiest Ist das hier überhaupt eine richtige Quest oder Wie muss ich die jetzt einordnen Oder ist das so eine Kannst du machen wenn du lustig bist Wahrscheinlich Wobei das ist ja eigentlich gar nicht so eine Quest Mach wenn du lustig bist Mach mal Ich habe meinen Schlüssel verloren Der liegt direkt neben mir Sammeln ihn bitte auf Gib ihn mir 50k xp Und Level Up Und ein Bonus Talentpunkt So kommt es mir manchmal jedenfalls vor Oh Ich habe vergessen Ich habe das und das vergessen Mir ist was runtergefallen Bring es mir bitte zurück Ist nicht direkt von meinen Füßen Gib mir einen Handschlag 50k xp Aber hier ist das anders Hier musst du richtig für deine EP kämpfen Großer Hier wird gegrindet Wie bei den Asiaten Und nein Das war jetzt keine Beleidigung Die Spiele von denen sind wirklich grindlastig Das möchte ich mal so erwähnen Ion Das ging im Prinzip Ab Level 2 Der Manticore Da ist er doch Was ist das denn für ein Vieh Da kommst du nicht mal zum Casten Ich hoffe da haut nicht so doll rein So jetzt geht es los hier Damage Bam 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 Manticore Weibchen Ihr wollt mich doch verarschen Als wenn eins nicht schon genug wäre Heiltrank und jetzt einfach rein hier Uralte Bestie Flügelstoß Boden Boah Übertreib mal nicht bitte Oh Toller Witz Manticore Das ist ja geil Manticore Och man Manticore Manticore Brüllergag Alle haben sie gelacht Nein Ich hab wirklich gelacht Manticore Weibchen Who's your friend Sag mal Nur so Gedanklich Mal kurz zu nachvollziehen Es sind Große Steinbrocken Auf mich herabgerieselt Und ich habe die Dinger Geblockt So Wir Fügen uns Diesen Sachverhalt Nochmal kurz vor Augen Ich habe Herunterfliegende Stein Blöcke Auf meinem Kopf Geblockt Wie Warum Und wieso Geheimnisvolle Schultern Sind die wirklich So geheimnisvoll Hier Giftpanzer Warum Haben Ich verstehe es nicht Die blauen Schultern sind doch besser Als die Legendaries Also diese Orangenen Muss man nicht Verstehen Warum da gesagt wird Dass sie die Besseren Sets haben Naja Portal zur Oberfläche Lalalala Einen verunverteilten Vielkeitspunkt Haben wir noch Aha Den nehmen wir mit Na Komm Lad für mich Komm Ich weiß du schaffst es Komm Ja Sehr schön Äh Es war Skill Genau 22% Chance Der Diener ist auch noch nicht freigeschaltet So Bumm Noch mehr Chance auf Irgendwelchen Effekten Die ich nicht kenne Nein Nein Nicht schon wieder dieses böse Vieh Das ist doch der oder Boah Was ist denn jetzt los Ist ja dieser 22% Effekt Vom Zauberstab Ist der passiert gerade Knochenhaufen Im Knochenhaufen ist auch nie was drin oder Also ist mir jedenfalls mal so vorgekommen Irgendwie mache ich die auf Oder brösel die auseinander Naja wer würde auch was in Knochenhaufen rein tun Ich glaube ich würde nicht mal einen Knochenhaufen reinfassen wollen Oder Bin ich so fiese Hat dieser Esro hier gerade Schalom gesagt Ja Schalom Zurück Mein Bruder Knochengolem Das war Ja irgendwie Irgendwie war da gerade ein Effekt aktiv Ich würde aber gerne wissen welche Effekte das sind Ich habe bis heute nicht gegoogelt was Ruhm ist Weil es ja auch hier direkt eigentlich im Anschluss wieder eine Aufnahme ist Also ich habe ja keine Zeit hat es zum googeln Zack alles aufnehmen Wappenschild Diablo 2 lässt grüßen Wobei Ich finde wobei Diablo 2 ist immer noch der beste Also das beste Diablos ich gespielt habe Und ich kann sagen Torch Also Torchlight 2 Ist ebenbürtig Beziehungsweise sogar teilweise echt besser Weil du mehr Möglichkeiten hast Diese Möglichkeiten zeigen sich halt in diesen Chaos Und bei Chips und die ganzen Mischensachen die man da noch machen kann Mit diesem Rezept finden Und dann hier Mit den Addons Oder diese ganzen Dinger Die man sich noch holen kann Da hat man ein un Hat man ein richtiges Repertoire nachher Nach diesem Repertoire kann man natürlich zurückgreifen Scroll Scroll Äh Ich habe doch irgendwie gerade Da Ihr habt eine Könnt ihr boonen den Sammler Ich verkaufe von Z-Ausrüstung Ach der schon wieder Die Z-Ausrüstung haben wir bei Haben wir eigentlich auch ein bisschen was gebraucht von Also ich weiß nicht ob das skaliert Skaliert er mit Leveln? Das wäre natürlich schon eine schöne Sache 424 Schaden haben die rausgehauen So eine einzelne Kugel Ah hier schon wieder die bösen Gastigen Viecher Und dieser Elite Schafschütz Ich weiß nämlich nicht ob die Gift draufsetzen Das würde ich gern wissen Zam 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 Geheimnisvolle Brustrüstung Lacht da noch rum Natürlich auch nicht schlecht Wenn die denn auch ein bisschen was bringt Nicht wie bei den meisten Gegenständen Husten 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 Ähm 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 Meins 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 Seite 5 Kann ich die nicht Schade Aber die Die nehme ich mit Also die nehme ich mit Das ist immer ein geiles Ding Skull of Decay Nein Dann packen wir die da noch rein Habe ich mir Kann ich die nicht Das geht also nicht Schade Inventar ordnen Wo habe ich die Brustrüstung jetzt hingetan Ach da Hier Level 28 Oder 51 stark Okay das Leveln auf 28 wäre schneller Auf jeden Fall Nein Nein da ist schon wieder so ein Gammelfieh Die diesen bösen Schaden verursachen Ich will auch bloß nicht vergiftet werden Weil genau das ist glaube ich beim letzten Mal passiert Wo wir umgekippt sind Aber er macht schon Also das ist schon eine geile Sache Schon dieses Arcane Zeug Das macht richtig Spaß Besonders weil auf diesen Auf diesem einen Zauber So viel Passiveffekte drauf sind Dann wird er geslowt Dann kriegt er ein Gift drauf Dann hat er noch ein bisschen Solche Elektrozeug Äh Zeug Dann kriegt es auch Passiveffekte Wo die nochmal mehr Schaden kriegen Also im Endeffekt Bis 8 Effekte können auf dem Viech aktiv sein Und das ist ja nicht schlecht Würde ich mal meinen Knochenhaufen Okay der war ja wirklich Aber dass der Elektrizitätsschaden Um 50% erhöht wird Also damit Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Dass sowas geiles rauskommt Wie gesagt Da sagt man erst Ja das ist doch alles scheiße Das bringt doch nichts Und dann Erstmal eine schöne Brustrisse Mit 50 Elektrizitätsschaden plus Ey ich muss mich korrigieren 50% So Diener Alles holen Alles aktiv Tränke rein Und los geht die Part Was macht denn eigentlich hier Äh Stärke Muss ich gleich mal gucken Machen wir mal ein bisschen kleiner So Na etwas größer So Muss ich gleich mal Wir müssen ja auch wissen Was was macht Also Wir können ja nicht einfach So blind ins Abenteuer rennen Na machen wir eigentlich Die ganze Zeit Aber Stärke erhöht jeden Waffenschaden Sowie den Bonus An Bonus Die Menge an Bonusschaden Bei gradischen Treffern Was macht das hier Unabhängig vom Waffenschaden Ist das also Okay dann brauche ich Keine Stärke Würde ich so meinen Ich merke Also die Musik Gerade dieses Leichte Das ist auch meistens Für solche Horrorfilme benutzt Oder Horrorspiele Kenne ich unter anderem von 4 Also heißt nicht von der Zahl 4 Sondern dem Wort 4 Also Angst Auf Englisch Und da ist genau Sind genau diese Musikteile benutzt In so ganz ruhigen Gegenden Wo man dann wirklich Schon den Gegner vor Augen hatte Auch wenn es eigentlich nur die eigene Angst ist Die einem da den Streich spielt Dann müsst ihr mal ausprobieren Wenn ihr wisst Oder wenn ihr glaubt Verfolgt zu werden Bildet euch viel schneller Sachen ein Ich hab das selber Ähm ich mag ja So wenn es dunkel ist Mag ich ja nicht gern So allein unterwegs sein So besonders Weiß ich Also so alleine Aber wirklich Also ich wohne ja in einem Dorf Und da ist das auch ziemlich leise Und wenn es mal raschelt Dann hat man schon so irgendwie Das Gefühl Besonders weil es überall So alles verwinkelt ist bei uns Dass man eben so teilweise Wirklich verfolgt werden könnte Und man weiß ja Sind ja nicht nur nette Menschen Nachts draußen Da sind auch die ganz bösen Leute Die einem dann auch mal so Hallo sagen Mit so etwas eisenhaltigen Gegenständen in der Hand Die auch ein bisschen Schwarzpulver verschießen könnten Oder dem ein oder anderen Eisenhaltigen Ne Da muss man das nicht Unbedingt provozieren Denk ich mal Man kann es ja natürlich noch Wenn man die dann hat Und auch die Erlaubnis dazu Kann man sie ja natürlich Eine Schusswaffe mitnehmen Aber auch nur Wenn man die Erlaubnis dafür hat Die Map wirkt immer verwirrender Meine Mana Tränke sind bald leer Müssen wir mal bald ein paar neue Mischen hier Wir sollten ja eigentlich Mana Tränke In Hülle und Fülle Von einer anderen Sorte haben Ich glaube jetzt Wollen wir mal 59 Stück Das heißt 19 Könnten wir uns schon mal craften In großen Diese großen Teile Ich weiß ja Ob das so eine Verschwendung ist Eigentlich Vom Craften her Wir haben es zwar größer Aber wir haben ja keinen doppelten Effekt Oder keinen dreifachen Effekt Sondern den Effekt Guck mal 98 90 90 und 70 Das heißt Das ist nicht gerade viel erhöht Das sind vielleicht 20% Wenn es hochkommt So mal überschlagen im Kopf Bredders Keiner mehr hier Alles Doch warte mal Hier ist noch so ein So eine Genau Habe ich mir noch gedacht Da war so eine Area Die noch nicht aufgedeckt war So jetzt gibt es hier Schaden ohne Ende Bam Ne Hier haben wir auch nix Kommen wir hier nicht her? Doch Ha Und wer steht da denn Schönes rum? Erzähle mir Mein Kollege Was machst du hier In dieser Wildnis In dieser Nein Wildnis Flüße Ja Das war's Ja Ja Vielen Dank.